Lassen Sie uns erstmal einen entscheidenden Begriff klären. Wen rechnen Sie, kurz gesagt, zu den Eliten? Unter Eliten versteht man, und das ist in der internationalen Forschung unabhängig vom politischen Standpunkt der Wissenschaftler einheitlich, die Personen, die qua Amt oder im Falle der Wirtschaft auch qua Eigentum in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen. Also das sind Regierungsmitglieder, Spitzenmanager großer Unternehmen, hohe Ministerialbeamte, Bundesrichter, Intendanten, Chefredakteure und ähnliche. Sie als Soziologie-Professor oder ich als Wirtschaftsjournalist gehören demnach nicht per se dazu? Nein, definitiv nicht. Das wäre erst der Fall, wenn Sie Wissenschaftsstaatssekretär werden oder ich Intendant? Ja, wenn Sie Intendant würden oder wenn ich meinetwegen im Präsidium der Max-Planck-Gesellschaft oder ähnlicher Wissenschaftsgesellschaften auftauchen würde, was aber nicht der Fall sein wird. Okay, kommen wir zu wahrscheinlicherem. Die Diskussion um Frauenquoten in den Chefetagen deutscher Firmen legt nahe, dass es Gruppen gibt, die selten in den verschiedenen Eliten zu finden sind. Stimmt das? Das stimmt. Also Frauen, wenn man alle Eliten zusammennimmt, stellen ungefähr jedes neunte Elite-Mitglied. In der Wirtschaft sind sie extrem unterrepräsentiert von über 400 Angehörigen der Wirtschaftselite, die wir in dem Sample hatten, ist gerade mal eine Handvoll weiblich. Das ist in der Politik anders. In der Politik sind es knapp 30 Prozent. Das ist der Sektor mit der höchsten Quote. Auch in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ist die Quote relativ hoch. Aber insgesamt kann man sagen, sind es gut 11 Prozent. Es gibt zwei weitere Minderheiten. Das eine sind Ausländer. Die findet man in der Regel nur in der Wirtschaft. Auch da nicht besonders häufig. Also auch da sind es deutlich weniger als 10 Prozent. In den anderen Sektoren gibt es allenfalls Einzelbeispiele. Und die Gruppe, die am seltensten repräsentiert ist, das sind ehemalige DDR-Bürger. Die findet man, wenn überhaupt, so gut wie nur in der Politik. Wenige Ausnahmen im öffentlich-rechtlichen Bereich jetzt, also im MDR. Und dann gibt es auch in der Wirtschaft einen einzigen. Aber ansonsten nur in der Politik. Und da, abgesehen jetzt vom Bundeskanzler und Bundespräsident, so gut wie nur in den neuen Bundesländern. Greifen wir mal einer Elite heraus, der an Ansehen zuletzt deutlich gelitten hat. Unternehmensführer nämlich, insbesondere Banker. Wie ist die im Wesentlichen zusammengesetzt? Wo kommen die Angehörigen dieser Elite her? Also wenn man sich die Wirtschaft anguckt, so ist das seit Jahrzehnten ein sehr einheitliches Bild. Über 80 Prozent der Spitzenmanager kommen aus bürgerlichen oder großbürgerlichen Familien. Das heißt aus den oberen 3,5 Prozent der Bevölkerung, wenn man ihre Vätergeneration jetzt als Maßstab nimmt. Und das gibt einen großen Unterschied dabei zwischen Privatunternehmen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Also wenn man die 100 größten nimmt, die ich sonst normalerweise immer als Sample habe, haben sie kaum öffentlich-rechtliche. Und da kommen sie immer auf Prozentsätze von über 80 Prozent. In diesem Sample waren mehr als 200 Unternehmen. Und da hat sich herausgestellt, die Privatunternehmen wieder über 83 Prozent Bürger- und Großbürgerkinder. Aber den öffentlich-rechtlichen Unternehmen gibt es eine Mehrheit von sozialen Aufsteigern. Da stellen Bürger und Großbürgerkinder nur 45 Prozent der Spitzenmanager. Viele Untersuchungen zeigen an, dass in den vergangenen Jahrzehnten mit hohem Tempo die Unterschiede zwischen oben und unten größer geworden sind. Es gibt mehr Milliardäre, aber auch mehr Menschen, die trotz Job staatliche Hilfen brauchen. Die Top-Einkommen sind kräftig gewachsen, die durchschnittlichen so gut wie gar nicht. Das wird als ungerecht empfunden. Ist das auch bei den Eliten so? Nein, das ist bei den Eliten nicht so. Also die Eliten haben ein komplett anderes Empfinden der sozialen Situation. Sie stellen zwar fest, dass es soziale Unterschiede gibt, sie bewerten sie aber anders. Also wenn man normale Meinungsumfragen nimmt, die wissenschaftlich solide fundiert sind, wie Albus oder ähnliche, dann kommt man immer auf Prozentsätze von 73, 74, 75 Prozent in der Bevölkerung, die die Verhältnisse hierzulande ungerecht empfinden. Bei den Eliten sind es nur 43 Prozent. Und wenn man die Eliten jetzt unterteilt nach sozialer Herkunft, stellt man fest, bei denen, die aus Arbeiterfamilien stammen, ist eine deutliche Mehrheit von zwei zu eins der Meinung, die Verhältnisse sind ungerecht. Aber bei denen, die aus bürgerlichen oder großbürgerlichen Verhältnissen stammen, sind eine genauso große Mehrheit der Meinung, die Verhältnisse sind gerecht. Hat das was damit zu tun, dass Eliten besonders aufs Leistungsprinzip pochen? Nach dem Motto, wer viel verdient und besitzt, der hat sich das auch hart erarbeitet. Und also zu Recht ist er reich und hat viel zu sagen. Ja, die Elite-Angehörigen, die aus reichen oder wohlhabenden Familien stammen, die pochen sehr stark darauf. Erstaunlicherweise nehmen die Elite-Mitglieder, die aufgestiegen sind, also vor allem Arbeiterkinder, die Wirklichkeit sehr viel kritischer war. Also die sind mehrheitlich der Meinung, dass Leistung nicht so ausschlaggebend ist, wie man das gemeint empfindet. Empfinden deswegen die Verhältnisse auch als ungerecht, weil sie auf ihrem persönlichen Lebensweg erfahren mussten, wie viele Hindernisse es für normale Menschen gibt, um überhaupt in solche Positionen aufzusteigen. Bei denen, die selbst schon in großbürgerliche oder bürgerliche Verhältnisse geboren sind, bei denen ist das normal. Sie haben die Erfahrung gemacht, ihre Väter waren reich oder wohlhabend, hatten Macht, hohe Positionen, das war eben so. Sie empfanden das auch gerecht, weil sie festgestellt haben, ihre Väter arbeiten auch viel. Das sind ja jetzt nicht diese Nieten in Nadelstreifen, die da sitzen, sondern sind in der Regel Leute, die viel arbeiten und auch hart arbeiten. Aber davon gibt es natürlich auch jede Menge andere. Nur ihr Erlebnis war so, es ist so, das, was sie an Vermögen irgendwann mal erben, haben ihre Väter erarbeitet, sie arbeiten weiter. Und das festigt ein Bewusstsein, was man so charakterisieren kann. All das, was wir an Erfolg haben und auch was wir an Vermögen und Einkommen haben, haben wir uns selbst hart erarbeitet. Oder wir haben halt von unseren Vätern das übernommen, was die sich hart erarbeitet haben und insofern ist das eigentlich ganz gerecht. Das lässt fürchten, dass zumindest unter diesem Teil der Eliten die Zustimmung zum Mindestlohn oder auf der anderen Seite höheren Spitzensteuern auch nicht besonders ausgeprägt ist. Nein, also je konkreter die Fragen werden, umso höher sind die Unterschiede. Also wenn man sich anguckt, die konkreteste Frage ist natürlich die, die die Leute auch direkt betrifft. Wie stehen sie zu höheren Steuern auf hohe Einkommen und hohe Vermögen? Und hohe Einkommen zumindest kann man bei all diesen Elite-Mitgliedern voraussetzen. Das gilt ja selbst für die Spitzen der Gewerkschaften, dass die relativ hohe Einkommen haben, aber Ministerialbürokraten, Intendanten. Also wenn Sie sich jetzt angucken, was gerade veröffentlicht worden ist über die Einkommen der öffentlich-rechtlichen Anstalten, Intendanten. Das sind ja alles Summen zwischen gut 200.000 und knapp 400.000 Euro pro Jahr. Das war eine sehr konkrete Frage und bei dieser Frage haben sich die Unterschiede dann auch sehr deutlich gezeigt. Während die Arbeiterkinder mit einer deutlichen Mehrheit dafür waren, höhere Steuern zu erheben auf hohe Einkommen und Vermögen, waren die Großbürgerkinder, bei denen das am meisten ausmacht, mit einer überwältigenden Mehrheit dagegen. Und was erstaunlich war, in einzelnen Sektoren waren die Unterschiede sogar besonders krass. Und diese Sektoren sind Wirtschaft und Politik. In der Politik gab es kein einziges Arbeiterkind, und zwar unabhängig von der Parteizugehörigkeit, kein einziges Arbeiterkind, was gegen höhere Steuern war. Und es gab kein einziges Bürger- oder Großbürgerkind, was dafür war. Und in der Wirtschaft und in den Spitzenmanagern, die, die aus Arbeiterfamilien stammen, waren in einer Mehrheit von 3 zu 2 für höhere Steuern. Das hat mich sehr überrascht. Während die, die aus reichen Familien, also aus industriellen Familien und ähnlichen stammen, mit einer überwältigenden Mehrheit von 6 zu 1 dagegen waren. Auf der anderen Seite Flexibilität von Arbeitskräften, also befristete Jobs, Praktika, Zeitarbeit, dürfte dann im Umkehrschluss mehr Fans finden, als in der breiten Bevölkerung. Ja, also in den Eliten insgesamt gibt es dafür eine satte Mehrheit von 4 zu 1. Was besonders erstaunlich ist, ist die Wissenschaftselite. Also dass die Wirtschaftselite mit einer Quote von gut 9 zu 1 für Flexibilisierung ist, ist nicht überraschend. Also die Unternehmen profitieren ja sehr stark davon, wenn man sich die Diskussion jetzt um Werkverträge anguckt, auch bei renommierten Unternehmen wie Daimler-Benz. Da hat es jetzt gerade ein Urteil gegeben, da waren IT-Experten von 2001 bis 2012 ununterbrochen mit Werkverträgen beschäftigt. Und die haben jetzt auf Festeinstellung geklagt und das Landesarbeitsgericht hat das auch als rechtens empfunden. Bei der Wissenschaftselite ist die Mehrheit noch größer. Also die Mitglieder der Präsidien der großen Wissenschaftsorganisationen waren mit einer Mehrheit von 12 zu 1 für Flexibilisierungsmaßnahmen. Wir haben inzwischen befristete Verträge bei 90 Prozent der Nachwuchswissenschaftler. Die Hälfte dieser Befristung erreicht maximal ein Jahr Laufzeit. Das heißt, das ist so eine Unsicherheit für junge Nachwuchswissenschaftler. Es lohnt sich kaum umzuziehen in der Stadt, weil sie ja nicht wissen, was ein Jahr oder acht Monate später ist. Und diese alle festangestellten, verbeamteten, auf C4-Stellen sitzenden, minimum 10.000 Euro im Monat verdienenden Mitglieder der großen Wissenschaftsorganisationen, dieser Präsidien, die finden das alle ganz prima. Und da habe ich gedacht, die haben vollkommen den Draht verloren zu dem, was an der wissenschaftlichen Basis zurzeit sich abspielt. Kann Ihre Untersuchung eine Erklärung dafür liefern? Ja, insofern liefert die Untersuchung eine Erklärung, weil der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Einstellung ganz eindeutig ist. Also man kann immer sagen, natürlich die Elite-Position selber prägt auch. Also wenn man zu denen gehört, die sehr viel verdienen, sinkt allein dadurch schon die Bereitschaft, Sachen ungerecht zu finden oder höhere Steuern zu verlangen. Was mich aber gewundert hat, dass bei den Arbeiterkindern, das ist nur eine relativ kleine Minderheit bei den Eliten, dass bei den Arbeiterkindern die Einstellungen, denen in der Bevölkerung doch relativ nahe kamen. Während bei denen, die in wirklich reichen oder sehr wohlhabenden Verhältnissen groß geworden sind, die Distanz zur Normalbevölkerung auch bei den Eliteangehörigen ungeheuer groß ist. Das heißt, man kann schon sagen, die Zusammensetzung der Elite, was ihre soziale Herkunft angeht, prägt die Einstellung der Elite. Und deswegen ist es problematisch, dass gerade in der politischen Elite, die immer das Gegengewicht gebildet hat zur Wirtschaftselite, die Wirtschaftselite ist seit Jahrzehnten hochexklusiv zusammengesetzt, die politische Elite war traditionell in Deutschland bis zur Jahrtausendwende geprägt durch Kinder aus den Mittelschichten und der Arbeiterschaft, dass sie in der politischen Elite, was die Bundesexekutive angeht, eine Veränderung ergeben hat. Dort gibt es viel mehr Bürger- und Großbürgerkinder. Also es gibt seit der zweiten Schröder-Administration, also der zweiten rot-grünen Regierung fast durchgängig eine deutliche Mehrheit zwischen gut 50 und fast 66 Prozent für Bürger- und Großbürgerkinder in der Bundesregierung. Und mit parlamentarischen Staatssekretären sieht das ähnlich aus, sodass das Denken, was durch die soziale Herkunft doch sehr stark beeinflusst ist, sich dann in der Politik stärker niederschlägt, als das noch in den 80er oder 70er Jahren der Fall war. Haben das Empfinden von sozialer Ungleichheit plus Ansehensverlust der Eliten politische Konsequenzen? Gehen die Menschen, von denen die Kanzlerin gern spricht, deshalb weniger zur Wahl? Ja, natürlich. Also das sieht man ganz eindeutig. Seit Ende der 90er, also seit den Wahlen 1998, hat es eine gravierende Veränderung gegeben beim unteren Viertel der Bevölkerung oder beim unteren Drittel. Die gehen deutlich weniger wählen als damals. Also da gibt es Rückgänge von 85 auf 60, 55 Prozent bei Wahlbeteiligung. Während diejenigen, die sich im oberen Viertel der Bevölkerung aufhalten, weiterhin mit überwältigender Mehrheit zur Wahl gehen. Da gibt es auch einen leichten Rückgang, also sagen wir von 95 vielleicht auf 86, 87 Prozent. Aber es ist ganz klar, die unten versprechen sich von der Politik nichts mehr. Und die Grundhaltung ähnelt immer mehr der, die man so zusammenfassen kann, die da oben interessieren sich nicht für uns. Also warum sollen wir an dem ganzen Spiel noch teilnehmen?